Ja, ich bin gegen diese Impfpflicht. Das Erste, warum ich dagegen bin, ist, ich habe selber einen Impfschaden. Und unter dem habe ich sehr gelitten und leid bis heute darunter. Und ich hatte asende Kopfschmerzen über lange, lange Zeit. Bitte muten Sie Ihrem Kind das nicht zu. Hallo, mein Name ist Jens. Unsere drei Kinder im Alter von 6 bis 21 Jahren sind ungeimpft. Und unserer Beobachtung nach im Vergleich zu ihren Altersgenossen gesünder als diese. In einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft, die ein verfassungsgemäßes Recht auf körperliche Unversehrtheit hat, darf es keine Zwangsimpfung geben. Medizinische Eingriffe unter Zwang hat es durch die Nazis im Dritten Reich gegeben. Das darf in Deutschland nie wieder passieren. Ich habe in der Behindertenschule gearbeitet. Ich habe Impfschäden gesehen und ich kenne Eltern, die jahrelang damit zu kämpfen hatten, einen Impfschaden anerkannt zu bekommen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal richtige, echte, doppelblind- oder dreifach-blind-Studien machen? Und ich habe zwei Kinder, ein geimpftes, weil ich mit Impfungen aufgewachsen bin. Der hat Allergien entwickelt und Hautprobleme gehabt, Mittelohrentzündungen gehabt. Ich bin sicher, dass die Impfpflicht der falsche Weg ist. Mein Name ist Sabrina. Ich habe zwei Kinder, ein geimpftes Kind und ein ungeimpftes Kind. Das erste Kind habe ich impfen lassen. Wir hatten viele Probleme. Er war auf Kragen, hatte viel Schnupfen, viel Husten, alles, was man so kennt. Mein zweites Kind habe ich nicht impfen lassen. Das zweite Kind ist sehr gesund. Ich möchte weiterhin selber über meinen Körper bestimmen können. Und ich wünsche es auch meinen Kindern, dass sie selbst bestimmen können. Und für mich gehört das zu einer Demokratie dazu. Bei einer Impfung werden vorsätzlich Krankheitserreger in einen gesunden Organismus eingebracht, werden vorsätzlich potenzielle Allergene in einen gesunden Organismus eingebracht und werden vorsätzlich zum Teil hochtoxische, giftige Zusatzstoffe in einen gesunden Organismus eingebracht. Impfen muss freiwillig bleiben. Punkt. Hallo, mein Name ist Vera. Also ich finde es eigentlich unglaublich, dass über eine Impfpflicht diskutiert werden muss. Das ist mein Körper und meine Gesundheit und meine Entscheidung. Zumal aus meiner Sicht der Impfzwang einfach auch eine weitere Option sein wird für weitere Zwänge, die man uns irgendwie auferlegen möchte, die wir nicht möchten. Also eine Impfpflicht kommt für mich auf gar keinen Fall infrage. Hallo. Ich spreche mich ganz klar gegen die Impfpflicht aus. Wir als Eltern tragen die Verantwortung für unsere Kinder. Und wenn wir bereit sind, mit diesen Kindern eine Kinderkrankheit durchzumachen, sie zu pflegen und zu betreuen, im besten Falle mit einem sehr guten Kinderarzt an der Seite, dann stelle ich mir die Frage, wer nimmt sich das Recht heraus, diese Entscheidung anzuzweifeln oder sie übernehmen zu wollen. Hallo, mein Name ist Björn. Mit dem drohenden Impfzwang sollen Millionen von Menschen entmündigt werden. Man will ihnen ihr Naturrecht der körperlichen und gesundheitlichen Selbstbestimmung nehmen. Das sollte nie jemand dürfen, auch keine Staatsregierung. Deswegen bin ich gegen den Impfzwang. Stehen Sie auf und erheben Sie Ihre Stimme gegen dieses Masern-Impfstoff-Absatz-Schutzgesetz. Ich danke Ihnen. Tschüss. Das Masern-Schutzgesetz von Herrn Spahn geht gar nicht. Denn ob wir impfen oder nicht, das Risiko und die Verantwortung tragen wir selbst. Und damit wir verantwortungsvolle Entscheidungen für unsere Kinder treffen können, brauchen wir unbedingt die Freiheit, nach bestem Wissen und Gewissen handeln zu können und uns für oder gegen eine Impfung entscheiden zu dürfen. Impfungen sind Medikamente und haben Wirkungen und Nebenwirkungen. Und deshalb muss es auf jeden Fall freiwillig bleiben, für jeden einzelnen Menschen sich entscheiden zu können, lässt er sich impfen oder lässt er sich nicht impfen. Ich möchte, dass unsere Kinder auch noch die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das heißt, dass sie sich selber entscheiden können, nehme ich ein bestimmtes Medikament oder nehme ich es nicht. Nach meiner letzten MMR-Impfung konnte ich sechs Wochen lang meinen Arm nicht mehr anheben. Aber es war meine Entscheidung, diese Impfung mir geben zu lassen. Deshalb lebe ich dann auch mit den Risiken. Wenn ich aber dazu verpflichtet werde und es eine Zwangsimpfung ist und dann treten Komplikationen auf und das bei kleinen Babys, finde ich das nicht in Ordnung. Deshalb sage ich Nein zum Impfzwang. Untertitelung des Zwangsimpfung . Vielen Dank.